Hier ein paar Tipps für eure Bewerbung für den Studiengang Kommunikationsdesign. Ihr braucht eine Mappe mit eigenen Werken, die ihr uns vorstellt. Konzentriert euch auf das, was ihr könnt. Arbeitet ihr gerne mit Bleistift, Kreide oder Farbe? Dann zeigt das! Oder seid ihr schon in Fotofilm oder Web unterwegs? Wir sehen auch gerne eure individuellen Kunstwerke. Traut euch! Eure eigene Sicht und die Herangehensweise spielen eine große Rolle. Ebenso wichtig sind die visuelle Aufbereitung und euer konzeptionelles Denken. Äh, was? Oh, nee, nee, stopp, stopp, stopp! Bitte vermeidet Klischee-Motive wie Haustiere und die Comics-Anschrift. Klebt eure Arbeiten mit Sprühkleber auf grauem Karton. Ordnet sie thematisch, stellt dabei eine starke Arbeit an den Anfang und an den Schluss eure beste. Holt euch Feedback in einer unserer Mappenberatungen. Zu guter Letzt packt ihr alles in eure Mappe. Sehr gut eignen sich A1 oder A2-Plastikmappen. Ach und bitte keine 0815-Hälfte. Und ab damit zu uns. Design Akademie Berlin. Hochschule für Kommunikation und Design.